Mein Name ist Stefan Hoser. Ich bin seit zwölf Jahren bei der Presse druck. Ich bin zuständig im Bereich Groupware, das heißt alles was mit E-Mails, was mit Office-Dokumenten zu tun hat. Dadurch natürlich auch fürs OSECM, was wir seit acht Jahren im Einsatz haben. Die Mediengruppe Presse druck ist einer der fünf größten Tageszeitungen in Deutschland. Täglich erreichen wir 780.000 Leser. Wir gliedern uns in 25 lokale Ausgaben, das ist auch unsere Stärke, eben der lokale Markt, das wir denen bedienen. Wir waren auf der Suche nach einem Ort für die zentrale Ablage aller kaufmännischen Belege. Wir mussten die Vertragsverwaltung ins Leben rufen und das Thema E-Mail-Archivierung. Anpassungsfähigkeit, Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit waren bei der Auswahl ein sehr hohes Kriterium, da wir eben auch mit langjährigen Mitarbeitern konfrontiert waren und damit ist es für uns wichtig eben für die Akzeptanz nachher von der Software gewesen. Die Ziele bei der Einführung waren die zentrale Ablage aller Vertragsdokumente im Haus, die Schaffung einer gemeinsamen Geschäftspartnerakte, speziell über verschiedene Systeme hinweg und der Bereich Vorlagenverwaltung, weil wir hier eben viel im nativen Bereich noch unterwegs waren und durch das OSECM konnte man die Vorlagen zentral verwalten und damit auch sicherstellen, dass immer aktuelle Vorlagen verwendet werden. Wir setzen die Software in allen Unternehmensbereichen ein, verstärkt im Bereich Verlag, Rechnungsworkflow, Vertragsverwaltung, Beteiligungsverwaltung, Mandatsverwaltung, Abo-Kartenverwaltung sowie in der Vertragsgenerierung für Werbeverträge ein. Wir haben das OSECM angewunden an unser Anzeigenmanagement sowie Vertriebs- und Beilagenmanagementsystem, sowohl für die Ablage der Belege als auch für den Aufruf der Belege. Der Nutzen des OSECM ist darin zu sehen, dass wir ein zentrales Archivsystem jetzt haben, wo wir vorher viele verschiedene Laufwerke oder einzelne dedizierte Systeme hatten. Großer Vorteil vom OSECM ist eben, dass die Mitarbeiter heute nicht mehr im Laufwerk nach den archivierten Belegen suchen müssen, sondern sie können direkt in ihrer Anwendung auf die Belege zugreifen. Wir müssen damit nur nicht mal das System wechseln. Ein weiterer Nutzen ist auch die standardübergreifende Zusammenarbeit, die vorher natürlich im Papierbereich sehr schwer war und nur mit Laufbooten oder mit entsprechender Hauspost möglich war. Im Bereich Vertragsverwaltung profitieren speziell die Finanzbuchhaltung sowie die Rechtsabteilung davon, dass die Verträge jetzt jederzeit auffindbar sind und dass immer der aktuelle Stand zur Verfügung steht. Durch die Einführung des Rechnungsworkflows haben wir die durchschnittliche Durchlaufzeit von Rechnungen auf zwei Tage reduzieren können, wo wir vorher zehn Tage benötigt haben, weil wir eben eine Vier-Augen-Prüfung einsetzen und dadurch mussten die Belege immer physisch durch die Büros und durch die Stockwerke teilweise auch über die Standorte transportiert werden. Speziell im Bereich Finanzwesen ist OSECM hoch angesehen. Die Mitarbeiter arbeiten mittlerweile auch mehr mit dem OS als mit ihrem Finanzsystem. Die Recherche, und das hat sich anfangs sehr zügig eingestellt, wird eigentlich zu 100 Prozent über das OS durchgeführt und dann der Absprung ins Finanzsystem. Ich persönlich bin sehr zufrieden mit dem OSECM, da es eben für mich vollkommen intuitiv bedienbar ist. Die Administrationsoberfläche und das war auch zur Einführung ein Entscheidungskriterium, war vollständig durchdacht im Vergleich zu anderen Mitbewerbern. Auch heute muss ich sagen, das System ist einfach zu bedienen. Das Handbuch ist da, man braucht es aber nur Seiten. Wir haben die Software die ersten vier Jahre komplett selbst betreut, also alle Updates, alle Weiterentwicklungen komplett in unserem Haus durchgeführt. Seit drei Jahren jetzt genießen wir auch den Support von OS und auch die Unterstützung von OS, speziell bei Updates. Bei der Datenbankmigration war der OS-Support zur Stelle und hat das auch hervorragend durchgeführt. Mobile Anbindung des OS-ECM-Systems ist geplant, speziell für den Bereich SAP, das wir nächstes Jahr einführen wollen. Ja, uneingeschränkt. Damit wir analysieren. k